Bei Color Projects 5 ist der Name Programm, denn hier dreht sich alles um die Farben eurer Lieblingsbilder. Schnappschüsse einfach besser machen oder galerieverdächtige Meisterwerke aus euren Farbmotiven zaubern. Kein Problem für Color Projects 5. Der Einstieg ist auch hier ein Kinderspiel. Ihr öffnet einfach das Bild, das ihr bearbeiten wollt. Color Projects erstellt euch binnen Sekunden über 160 Bildbeispiele. Das sind 160 Inspirationen, 160 Tipps oder 160 Fotoexperten, denen ihr über die Schulter schauen könnt. Wer es sich einfach machen will, kann sich einfach aus diesem Portfolio ein Bild aussuchen. Zum Beispiel ein ganz natürlicher Look, etwas Leuchten reinbringen, wir können was Künstlerisches draus machen, Andy Warhol lässt grüßen oder eben den Klassiker, ein Glamour Glow Portrait. Wem das noch nicht reicht, der kann mit dem Optimierungsassistenten arbeiten oder in dem Expertenmodus sich so richtig austoben. Hier stehen 145 Post-Processing-Effekte zur Verfügung, mit denen jeder aus diesem Bild sein persönliches Kunstwerk zaubern kann. Color Projects 5 macht also aus jedem Farbmotiv das gewisse Etwas. Garantiert. Wir wünschen viel Spaß beim Nachmachen mit Color Projects 5.